Ich bin immer zu faul zum Rennen, deswegen habe ich die letzte Zeit auch mehr gestreamt als so aufgenommen. So bist du so oben, ja? Ja. Das hatte ich vorher noch im Video geguckt, wo die Folianten sind, aber haben wir vergessen. Ah, hier mit der Brücke, ja. Aua, hau damit, der ist auch so dicker. Der war erst sehr doof von mir. Ach doch, ich weiß wieder, rechts rum gleich, genau. Ja, da war auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht, aber... Beutemanniger, Beutemanniger. Und hat mich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch schwer bin, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch schwer bin, oder? Okay. Ah, da wurden sich noch keine Bombe. Hier ist Ammo. Krassi, pass auf, gehen wir nicht zu weit. Könnte irgendwas auftauchen. Ja, ich komm mal mit. Da liegt nämlich das erste... Oh, Krassi, da war doch auch wie Items. Hier ist noch Money, Stärketrank. Hier ist ein Foliant. Ja. Alter, was ist denn hier? Mensch. Schön, hier kommen jede Magna und ihre... ...Leute. Achso, alles perfekt geschwetzelt. Ja. Ja. Wir wissen doch, was wir hier zumuten können. Haha. Ich werde dafür sorgen, dass wir Skaven sich wieder vergewaltigen. Nichts. Haha. Haha. Woah. Noch ein Furmanipp. Schau, schau! Ich fliehe über den Vallei. Oh, richtig. Ja, kein Drago. Die Vermin schiebt gut. Der Stench nicht. Genau. Von hinten! Ja! Ja! Backstabber! Watch out! Runners! Alter, der läuft immer noch rum. Na komm doch hoch! Arschloch. Medical Supplies! Ja! Get it on! Untertitelung. Ja, den Sie keine Ahnung. Der Ursch im Kopf befindet sich genauso langsam als du. Die? 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 Ach, hier kann man ja auch nicht den Leiter runter? Das ist aber, glaube ich, nix. Guck dir nochmal, ob da was gibt Ah, ich riskiere es. Oh, wow! Äh, ne, da kann man nur einmal rumgehen, wie es scheint. Hier ist mal so eine Aufzeichnung, oder was auch immer das ist. Falls da noch einer braucht. Das auch einsammeln, kriegen wir alle, glaube ich. Okay, hab ich gemacht. Auf den Weg, wir gehen, wo wir sind, nachher alles. Oh, 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 oh. Look, ammunition! Boom! Hm. Hm. some folk cannot see the danger until it's right in front of them so it is with Karak Asgaraz all will die follow me this way can you hear the glover deer do that again that's right close the glover deer is down this one oh come from the end and from the top why are we still not hanging middle don't be greedy with all the kills sergeant there about i can smell that's right over here no 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 Das ist es, die Rappfelden zu tun! Es denkt, es ist zu spüren. Danke! Du hast dein Schlimm an diesem Tag gewonnen! Das ist Assassin's Game, warte für andere! Gibt's hier unten noch was zu holen, ne? Äh, man kann! Ja, über die Kisten, da muss man einmal hinten rumspringen! Und wie war denn auch in den Türben noch irgendwas drin? Hier, Morian oder so ein Schnur? Ja, deswegen muss man ja hier den Hebel umlegen! Uwe jetzt da um die Ecke springt! Um die Ecke springt, das siehst du nicht! Du musst leicht wieder nach links drücken! Wo kommst du denn? Das fickst du mich! Jumping, also auf die Höhe auch noch! Ja, eben! Uwe und die Höhe! Gucken, was ist passiert! Oh, fack! Klapperkatzmann! Du denkst du, du hättest mich, mein Bull-Strangler! Ein guter Schuss? Ich kann es nicht mehr! Äh, ich schaffe das noch! Ach, scheiße, wir müssen den Kahl ja wieder überlegen! Wo ist er? Unten? Oh, auf jeden Fall! Ja, gehst du runter oder was? Äh, wir... Oh, ich hab's geschafft! hoch, often get year Darth Vader! Ne? Ja, da du jetzt nicht will! Wja toxins, geste Imperator! Auf jeden Fall, wir sind mentорig! In der Counter怎麼辦! Ich schaffe das nicht und weiss. Ne Cake legen euch drauf! Ich schaffe das nicht! Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oho, Scheiße! Alter, da kommen da viele! Hier ist noch was zum heilen, wenn jemand braucht. Von oben. Das ist ein Poison. Guess what I understand? Sie sind schraubt. Sie werden schlauern, bis es Zeit zu schlauern. All right. It's on. Oh, da kommt ein Klammer, Kasper. Klammer, Kasper. Irgendwo ging's hier längs noch lang. I don't know. Ist okay, da war auch was, ja? Abzweigung. Na, Kaldi ist schon runter. Klammer, wir gehen mit anderen noch mal kurz gucken, aber... Ich denke mal nicht, dass das weit war. Oh, Atrazine ist hier. Ach, die sehen die nicht. Na toll. Atrazine, hier ist noch eine Kiste. Ah, ist noch ein anderer Weg. Ja, wir kommen da auch hin. Hier ist noch mal Gesundheit. Ey, Alter! Oh, verdammt. Verdammt, Legionäre. Nein! Ich bin hinter euch, ja. Weggehen, weggehen, weg da, weg da. Ich versuche, ja. Jetzt zu Kaldi. Assassin. Oh, da. Wo ist denn? Warte mal. Ach, warte mal. Ich habe gar keine Bombe, ich wollte eine Bombe werfen, ich habe gar keine. Warte mal. Warte mal. Warte mal. quote, Quarte mal. Warte mal. Da ist noch ne Bombe Wo kommt denn der von vorne aus? Kann ich auch noch Ja Alter Kräfter Erledigt die Sau Geht doch Arzi Wo von hinten Oh ich treff hier nicht Hier müssen wir mal eben den Fluss weiter Moment, wenn wir nach rechts klicken Warte mal kurz Warte mal kurz Versuch mir hier mal was zu heilen In der Ecke Okay alles gut Kommt von hinten ein paar Kommt von hinten ein paar Wo ist es? Ja in dem Aufhaut Hier Ja Ich weiß noch wohin Das nächste Das nächste Äh Wollen wir es auch noch mitnehmen? Was haben wir denn Was haben wir denn jetzt? Wie jetzt so einigermaßen läuft bis jetzt Skaven Skaven Slaver Ok Ok Was war hier irgendwo? Habe ihn Kommt von hinten Kommt ihr? Köln Köln Asin Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Ja ich warte eigentlich dass Kaldir mal herkommt Aber Achso er sieht uns Er hat doch nicht gerafft Ja das gehen wir ohne Schau mal her Wo waren doch Schreiben Achja Oh Entschuldigung Schau mal her Schau mal her Ah Schau mal her Schau mal her Ah Also Ah Scheisse Stehe mittendrin Ah Also der gasratte Komm zu den Städten! Äh, Aruva hat noch was? Ja, dann gant ich mir das. Ja, wollen wir nochmal hingehen? Ich habe eine Potion gefunden! Ich glaube weit ist es dann auch nicht mehr zum Ziel. Nö, nach dem Bahnhof wird es sein so. War da wohl, glaube ich, nicht mehr so weit. Endlich, Ammunition! Oder war das nicht hier? Ah, ne, scheiße, wir müssen einen höher. Wir müssen da oben raufspringen. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Das ist, äh... Krud, aber effektiv, Sergeant. Oh ja, das war doch von hier aus. Na, scheiße drauf jetzt. Ja, doch schon, ja, ich glaube wir müssen erst durch den Bahnhof. Und dann von da aus. Okay. Schau, Potionen! Schau, Potionen! Schau, Potionen! Schau, Potionen! Aber wirklich cool. Schau, Potionen! Schau, Potionen! Halleluja! Schau, Potion! Achwappen! Achwappen! Ich bin ja hier. Schau, Potionen! Sack, Potionen! Schau, Potionen! Du hast den Halkrat! Nice! Hier ist Moni. Drei Knallfrauen vorbei. Ich dachte hier hinten drin wäre was versteckter, aber... Zu kompliziert gedacht. Bombs hier! Hier sind wir Bomber. Wir gehen in ein Skyeer Ambush. Ah ja hier ist das. Siehst du den Vorsprung da? Da hinten? Da muss man dann da raufspringen. Dann warten wir nicht. Du bist ja echt von hinten gekommen. Ich hab vorhin noch geguckt. Dann war er weiter weg. Wollen wir es probieren oder? Du kannst es probieren. Ich warte hier oben. Ich kann es ja auch nicht mehr aufnehmen. Das müsste jemand anders aufnehmen. Ach so. Die Aschen sind nahe. Dass man sehen würde wo Kinn muss. Und dann gehen wir weiter. Das sollte man verblenden Abrechen gehen lassen. Oh hee! Ach so. Geh es doch runter oder... Ja ich gehe mal vor und hoffe, wir folgen wir dem. Warte gleich, ich muss ja irgendwann ein bisschen helfen. Ich bin hinter dir. Okay, erst da hinten hin. Dritte Gauern. Kaldi kommt auch mit runter, so wie es aussieht. So, da. Och scheiße! Kommt natürlich wieder nicht der hoch, also ist doch... ...jumpen ran, scheiß. Gibt mir so auf den Sack, jetzt komm ich hier nicht mehr raus, oder was? Och, leck mich doch. Soll ich dich begleiten? Ja, wird schon. Oh! Kann ich wahr sein, dann tauch ich hier in der Gasrotte auf. Nicht für das Schmuh. Ja, toll. Jetzt steh ich hier oben alleine. Das ist der Stairway. Ich brauche keine Hilfe. Ja, die kommt zu mir her. Bin jetzt schon im Bahndepot wieder. Was, Kaldi ist tot? Ja, wird angezeigt. Schein von der Brücke gefallen zu sein. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Okay, lassen wir das, oder was? Ich bin immer noch hier, ne? Ich bin immer noch hier, ne? Oh, fick dich doch. Wie gegen den Fallen, Kopfhau und dann nichts passiert. Ach, du hast auch schon was, ne? Uwe? Ne. Ja, ich kann es nicht mitnehmen. Ich hab's auch nicht wirklich vor, weil ich fall da genauso runter wie du. Okay. Oh, fack. Was ist das denn hier? Ja, ich probier's nochmal. Oh, ja, scheiße. Schön, der kommt einfach irgendwo aus der Wand raus. Oh, Alter. Puh. Ja, die Leiter wieder hoch. Das war ja auch so gut wie tot. Ähm, warte, wie kann ich dich heilen? Wie war das noch? Welche Taste ist da? Rechte Maus? Äh, rechte... einfach rechte Maustaste dann drücken. Oh, das Portion riecht von Ignoranz. Ähm, bei... Dings geht halt wohl nicht. Also auswählen. Mit drei und... Habe ich... Ich hab das Ding in der Hand. Rechte Maustaste dann drücken. Was? Ich schubste dich nur. Ach so, eigentlich nur Verbandszeug. Ja, genau. Ich hab... Ich hab nen Trank dabei, der funktioniert aber nicht. Jo! So rückt man über dir. Kommst du, André? Und dann... Da wird es ja. So viele Schirrte! Such purge! Alter, das ist immer gut. Ah, liegt da irgendwo was? Ja, da? Nö. T-T-T-T-T-T-T-T. Ach so... Ach so... Boah... Ich bin Kleines tot. Hehehehe... Geht mir genauso. Wenn jetzt noch irgendwas schlimmes kommt, ich am Arsch... So wie der. Ist er hinter uns, der Gunner? Ja, klasse. Ich seh ihn nicht. Oh ja, das war's. Ach Gott, jetzt kommt er erst nach unten mit Verteidigung und so, das war ja noch lange nicht Schluss. Da hinten ist noch eine Kiste. Das Interessante kommt ja erst noch, du Scheiße. Hier ist noch ein Verbandstag. Asinia hat mich... Alter, wie ich recht der Maus gedrückt hab und das Drecks wieder ignoriert. Jetzt wird's ja das richtig Spannende und das komische Ding verteidigen, ne? Wir gehen aber direkt rein ins Gebäude. Besser wäre. Ja, und drinnen bleiben. So wie die Lebensenergie... ...wär das ziemlich dämlich draußen rum zu rennen. ...kriegt hier noch irgendwo was zum Heilen oder so? ...kriegt hier noch was zum Heilen oder so? ...kriegt hier noch was zum Heilen oder so? ...kriegt hier noch was zum Heilen oder so? Nein, nein. Ich glaube nicht, ich kann mich nicht erinnern. Sieht nicht danach aus, ne? Okay, dann gehen wir rein da. Erschlagen worden. Geh hier in der Ecke. Ich weiß von nichts. Ich war das nicht. Ich habe auch noch eine Bombe im Notfall. Eine Bombe, Marco noch. Scheiße, Gasrat. Das ist natürlich jetzt übelst. Die nicht erwischen, ist auch doof. Wenn gleich die Meldung kommt, dass man fliehen soll, dann lass nochmal einen abwarten. Okay, haben die zumindest ein Video gemacht. Vengeful Drakira hat eine neue Schocken, ich denke. Die Meldung kommt, dass sie gut auch auswärten. Es tut frei. Ich kann ihnen nachhören. Ich kann ihnen nur noch einmal zuhören. Ich bin nicht mehr. Ich bin doch 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 nicht mehr. Das ist so eine Wunderschöne! Das ist so ein Wunderschöne! Geh'er auf, Blackhook! Es ist coming! Sie sollten in den Graspen bleiben! Sie haben mich den Tränen von Ihren Tränen! Aber das ist warum ich Riggled free! Hear das? Mast poison! Sie sind in der Branche! Gute, Gute! Schau, ein Schrauch! Das ist ein Schrauch! Spannend, eine Schwitzende! Sie sind die Schwitzende, Schwitzende. Sie sind ein Schrauch, Gultpire? Ich habe einen Schrauch! Sie sehen, dass Sie nicht mit ihnen interferieren! Ich bin ein Schrauch! Ich habe Schrauch! Gute, Wissers! Wir brauchen Ihre Flames! Das war ich sicher! Was ist er mir passiert? Keine Angst! Was braucht es? Ich bin der Nachwuchsgericht! Du bist der Fahrer. Das nächste ist mir gefeiert. Sgt, dein Job ist nicht fertig. Schau, die Ramp! Hier hast du deine Uses, Salkfire. Du hast es mit einem Schrei, das ist richtig. Okay, los. Ich bin durch. Oh, Kali ist auskümmig in den Arsch. Oh, nein! Aaaaaaah. Schicksal. Paltmaster ist fertig. Wenn wir dich da verlassen können. Ich liebe deine strengelten Husten. Sie suchen mich zu schlagen! Sie beherren meine Wahrheit! Aaaaaaah! 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 Die brauchen mich nur noch einmal an. Dann bin ich dauernd. Dann bin ich dauernd. Dann bin ich dauernd. Warte, hast du hier? Aaaaaaah! Kommt ja direkt auf einen Zug gerannt, ey. Wo bist du? Just one man! 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 Ja, ich schweig! Das schweiget euch? Warte mal! Ah, hast du hier gefunden, okay. Just one moment! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Warte mal! Nicht so schnell rennen! Ich muss mich mal kurz halten! Aaaaaah! 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 Okay, weiter, weiter, weiter! Verwein, verwein! Du bist gut! Das! Aichi und Mal! um gut macht bloß den Tür zu wie die Erreichterung zu hören war so ja, das hat ja schon mal gelohnt von den Punkten schon mal ein Levelaufschick für mich oh, trotzdem eine grüne Waffe, kann ich wahr sagen denken wir, bei mir wirds auch maximal grün ne doch blau zwar auch nicht für meinen Charakter, aber ist das hier noch für den imperialen Soldaten naja naja